Ich möchte Ihnen zu Ihrer Beförderung gratulieren. Ich? Mehr Geld, Schmuck, Kleider, ein Auto, ein wunderschönes Haus. Mein Mann wurde befördert. Dein Mann! Bin zurück. Papa, das kann ich in der Stadt. Ja, ich wollte fragen, ob es möglich wäre, mir meinen Vorschuss zu geben. Und außerdem habe ich eine Überraschung für dich. Hallo? Was? Was soll das sein? Aber, Schatz, ich habe einen Makler beauftragt. Er hat dieses Traumhaus für uns gefunden. Kreust du dich? Sag mal, du rechst jetzt völlig durch. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir aus betrieblichen Gründen an dem Vorschuss des Arbeitsverhältnisses mit Ihnen nicht interessiert sind. Bereits geleistete Vorauszahlungen müssen Sie binnen 1 Monat zurückzahlen. Ihre Autoschlüsse sowie ein Handy nehme ich als erste Anzahlung mit. Du weißt nicht, was ich alles gekauft habe. Was alles dass an Schmuck gekommen bin habe. Sie sind getkündigt. Ihr habt noch mal nicht reagiert. Wer ist hier nicht reagiert? Und朋友? Ist hier nicht. Sie haben aber mal nicht reagiert. Manos hat nicht reagiert. Halleluja!